Ja, hallo liebe Leute, wir sind hier am Stand der Logata. Das ist ein EDV-Unternehmen, ein Digitalunternehmen. Ich habe hier Peter Thiemann bei mir und ich sehe hier blaue Kabel. Was sind das für Kabel? Dieses Kabel, was hier gelegt wurde, das ist ein Glasfaser. Wir haben diesen Stand mit Glasfaser verbunden. Diese Glasfaserverbindung hat eine Hochgeschwindigkeitsverbindung zum Internet mit 10 Gigabit. Das haben wir hier im Zelt und haben das dann über WLAN an allen Standbetreiber verbunden. Also ist das hier sozusagen die Verbindung für alle? Ja, jeder kann hier sich mit WLAN anmelden. Wir haben einen WLAN-Code freigegeben, wo jeder hier surfen kann. Und hinter mir, da sieht man irgendwo so eine Simulationsgeschichte. Könntest du das mal ein bisschen erklären? Wir haben eine virtuelle Achterbahn aufgebaut. Da können Kunden oder Freunde oder jeder, der möchte, kann mit der Achterbahn durch ganz tolle Welten fahren. Wir gehen gleich, jetzt beginnt gleich die nächste Fahrt. Und wir sehen gleich, das geht irgendwo durch die, ja, irgendwo durch eine virtuelle Welt. Dubai oder sowas? Ja, kann sein. So weit geht ihr aber nicht mit der Logata. Ich sehe hier digitale Lösungen. Ganz neu ist, glaube ich, jetzt eben auch das Thema Nachhaltigkeit. Was macht ihr da? Ja, das Thema Nachhaltigkeit, gerade im Bereich von EDV, ist Nachhaltigkeit noch stiefmütterlich besetzt. Wir versuchen, die EDV nachhaltig anzubieten. Also im Endeffekt gehen wir hin und versuchen, den Strom nachhaltig einzukaufen und alle Themen nachhaltig zu gestalten. Ja, prima. Das war es auch schon hier von der Logata. Wir gehen gleich noch ein Häuschen weiter. Bleiben Sie dran, schauen Sie unsere Videos.